Spür ich den Atem in deinem Nacken? Ich führe den Furtz in meinem Nacken. Oh, ja, okay, alles klar. Nee, alles klar, gut. Lade, geht's nicht weiter! Schönes Ding. Heute wird's intim. Richtig intim wird's heute. Wurden wir lang schon nicht mehr... Geht das jetzt schon wieder los? Jetzt wieder auf Ready drücken, ne? Ja, noch einmal auf Ready und dann lassen wir den Killer einfach Paul schnappen, dann ist der beschäftigt. Paul und der Killer sind dann beschäftigt. Okay, haben wir wieder quasi einen Opfer. Paul, hast du dir ein bisschen Ausrüstung mitgenommen? Du siehst so nackt aus. Wir müssen gleich erst skillen. Aber Paul, du machst das für einen guten Zweck. Für die Gruppe. Ich mach die letzten zehn Jahre alles nur noch für einen guten Zweck. Paul, weißt du, was Sintika eigentlich macht so auf Twitch? Nein. DJ. Grauenvolle Musik. Was spielst du denn so deep? Holländische Volksmusik. Wir sind schon im Spiel, ne? Du hast gesagt, du lässt mich in Ruhe, Fräulein, ne? Ja, dich schon. Ich kann nicht mehr hören. Ich habe dir gerade eben per Paypal drei Euro überwiesen. Hallo. I'm going to kill you. Du musst raus raus. Ich hab gerade gefragt. Warst du das, Kaya? Ja, das war ich. Ich hab meinen eigenen Herzschlag nicht gehört, weil du dazwischen gequatscht hast. Lauf, kleiner Kaya. Lauf. Bleib stehen. Ich fress dich. Ich fress dich. Paul, ich fress dich. Ey, was machst du? Ziehst du mir gerade die Hose aus? Was machst du da? Nein, ich hab dir auch eine Zahnspange verpasst. War mit dir Bruder. Nein, du hast mir die Hose ausgezogen. Er fehlt doch keinem. Geh weg mal. Oh. Ist das schon wieder Paul? Ich bin doch nicht schon wieder Paul. Nee. Mann. Was? Nein, ich mach Schluss. Ah! Ah! Ich bin an dem Häufall hängen geblieben. Das ist okay für mich. Lalle geht's nicht weiter! Schönes Ding. Tinka, ich wollte schon immer mal eine Runde mit dir abhängen. Hab ich mir gedacht. Hab ich mir gedacht. Ich such dir auch ein schönes Plätzchen. Geil. Hier. Direkt hier. Ja, das passt. Das ist romantisch. So. Ah, einfach... Verflut. Danke schön. Das war's. Oh! Oh... Oh... Heute wird's intim. Hm. Richtig intim wird's heute. Wurden wir Dankschön nicht mehr... Geht das jetzt schon wieder los? Bitte gehen wir halt mir! Du schweig! Hilfe! Ah! Hey, ich hab mich erschrocken. Ich glaub ich hab auch noch ein paar Tropfen verschüttelt. Das ist nicht schlimm, das passiert im Alter. ich brauche eine neue winsel wer ist denn der typ mit dem roten koffer die zentrale kaya steht hinter strohballen zentrale ja du bist ja ich habe mich gerade gerettet in dem ich einfach den mund gehalten wir hatten unsere date schon gehabt ja aber ich habe mich schon so viel gemacht macht ihr jens wir flüchten ich glaube wir müssen uns mehr aufteilen wir hängen alle auf einem haufen das ist schön zu wissen wo genau genau im haus auch wenn du im schrank bist dann nicht aber da muss ja bleibt doch einfach stehen dann haben wir das problem nicht genau bleibt doch einfach mal stehen wirklich da muss ich dich auch nicht jagen war kurz zeit geholt naja bist du in meiner nähe 2000 jahre später jetzt gibt es eine luke oder ich wollte schon immer ich wollte schon immer mal eine krankenschein schwester vom haken runterheben und war es gut ja kurz aber gut ich wollte gerade ein bisschen flexen also tinker ich wollte karte nicht ziehen aber ich bin aber ich bin reich ich bin reich direkt am gen vorbeigelaufen was entschuldigung ich bin das bei seniorenwindel wieso finde ich weiß nicht wieso gibt es auch so viele gens hier das macht sehr viel spaß weil du bist der beste lass dich nicht ärgern du bist super wieso kommst du denn von der seite mal bitte Kaya! Ups, du bist toll. Kaya, komm her! Ich! Komm, du hast ihn aufgeschluckt! Jetzt lass dich doch mal aufschnitzen, dann wäre ich ja nur Fairplay. Ich könnte auch mal Erfolgserlebnisse haben. Wer holt Kaya? Ich finde, Paul holt Kaya, damit da die Einheit mal wieder hergestellt ist. Du hast vollkommen recht, danke mein Lieber. Ich bin jetzt dein Freund, ob du das willst oder nicht. Und ich heil dich auch und ich zieh dir auch die Jacke aus. Hey Mann, mein Internet hängt! Wie süß die zwei zusammen sind! Ich finde das ein bisschen sexy, wenn du humpelst. Kannst du weitermachen? Still a better love story than Twilight. Oh, ihr wollt hier ist bei Twilight. Hey, Agent Pena! Mann! Was ist denn das? Warum ist denn hier? Auch jetzt ist es mit dem... Ach, Mist! Na, Tinker, komm her! Nein, ich möchte nicht mit dir spielen! Du bist dein Stinkewuff! Danke, danke! Stinkewuff! Au! Kaya ist toxic! Ja, Kaya ist toxic! Wieso? Es ist salty and toxic! And what is with his brain bowl? Das gibt's doch nicht, verdammte! Sorry! Du hast dich wieder erwischt! Ja, jetzt bin ich dead! Unten! Was ist denn mit genug? Bist du ganz weg? Ich glaube, sie ist tot! Ja! Paul, du musst dich an so einen Generator setzen! Paul, weg, 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 weg! Warum? Nicht in die Richtung, Paul! Nicht in die Richtung! Ach, scheiße! Ich bin diesem... Wer ist eigentlich der Böse? Ich, Sinsika! Tinker! Tinker, lässt du mich bitte liegen! Wenn ich dir je etwas wert war, dann lässt du mich jetzt liegen! So, Sinsika! Ja! Ja! Du Bitch! Du hast mich an den Haken gehangen! Guck mal, wie traurig! Bist du... Bist du böse zu mir? Bist du unfruchtbar? Was? Bin ich gar nicht! Die Community weint! Kaya, kannst du ihn holen? Guck mal, Paul! Oh Gott, oh Gott, runter! Nein, er wird dead as dead! Oh mein Gott, das ist so knapp! Ne, ich bin überhaupt nicht... Los, 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 los! Was muss ich machen? Nein, nein! Sanna, wollt ihr mich verarschen? Lauf hoch, lauf hoch! Okay, Paul, du läufst jetzt hoch! Das ist so bescheuert! Ja, was denn läuft denn hoch? Ich war da drüben und da war die Spinne! Was hellen soll? Ich hab mir den eigenen Fall gelaufen! Jetzt hab ich plötzlich einen Kampf! Was heißt denn Ströggel? Jetzt ist dieser Affenkopf da! Was machst du da eigentlich? Das hab ich noch nie gesehen im Spiel! Ja, ich übergebe mich! Hast du da grad einen gehobelt? Hast du das gesagt? Kaya, bitte! Ich hab das noch nie gesehen im Spiel! Nein, aber warum sagst du denn gehobelt? Das ist nicht schwer! Also ich kann dich nur nochmal an den Rundfunkrat erinnern, der hier nicht greift! Das war schon grad hart fies gewesen mit der Falle! Oh, Mann, ey! Habt ihr uns nicht gesehen, dass ich die Falle dahin gelegt habe? Nee, konntest du Fallen stellen! Ja, aber ich hab grad mal zwei Stück bestellt, aber als Tinker und ich die letzte Runde hatten, hatten wir auch so einen richtig Beschissenen gehabt, der alle unten in den Keller getan hat und davor immer Fallen gelegt hat! Und das hab ich mir jetzt abgekauft! So, willkommen zum schlechtesten Killer EU! Ich kann auch ein bisschen schwäbisch schwätzen, wenn ihr das lieber mögt, gell? Ja, bitte! Schwäbische Killer! Das wäre super Sache! Jetzt kommst bitte mal her! Jetzt reicht's mal! Lass mich doch in Frieden! Nee, jetzt reicht's mal! Aua! Ich sag das jetzt noch einmal! Und du dahinter, du Kletter! Neu mal! Wir reden ja nicht über Waxing! Wir reden über Rasieren! Hä? Ja, immer schön die Arschhaare gegen den Strich rasieren! Das hilft dabei! Boah! La, 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 la! Ach so, ich weiß, wovon ich rede! Komm her! Ah ja, danke! Ja, aber ich hab extra zwei Wochen meine Arschhaare nicht rasiert für dich! Ich war noch nicht fertig! Dann zeig mal her! Oh! Paul, war ich schon fertig? Zeig mal her! Die möchte ich sehen! Ich weiß nicht! Ich bin gegangen! Ich muss nach Hause! Ich will dich auch ein bisschen wachsen lassen, genug bitte! Nein, bitte kommen! Okay, ausschön! Ich will meine Arshaare wachsen lassen! Wer? Weil ich meine Arshaare sehe! Kaya, wir sollten den Kanal wechseln! Ach guck! Ich hab mich gerade fertig geheilt! Und du? Kaya! Ja! Wir sollten den Kanal wechseln! Der Kanal wechseln! Nooo! Lass mal her! Lass mal her! Äh? Die sind uns über! Ich bin hier anders! Hier komm! Die sind uns über, Kaya! Okay! So! Dann würde ich sagen... Ähm... Jetzt habe ich sie alle verloren! Na toll! Hört immer auf, so schnell wegzurennen! Nein! Ich mag sie weiter! Ich mag sie weiter! Oh! Was seid ihr denn? Was seid ihr denn meine süßen Mäuschen? Wieso? Einmal nicht so! Ja! Dankeschön! Wie sagt man? Ehre auf deinen Nacken! Ehre auf meinen Nacken! Genau! Ehre auf deinen Nacken! Und dann musst du es klatschen! Ja! Auf dich! Ich finde es klingt irgendwie... Ehrlich! Du bist ein Jaar. Das ist so. Ein leichter, du bist ein Jaar. Und dann categorisch. Da ist das ja.